Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Jan Schlünfogt, 36, plaudert über die extravagante Wunschliste seiner Tochter. Gemeinsam mit seiner Ex-Partnerin Hannah Schlünfogt, 26, hat der GZSZ-Darsteller eine gemeinsame Tochter namens Delia. Mittlerweile ist das einstige Traumpaar nicht mehr zusammen, das Wohlergehen ihres Kindes hat dennoch oberste Priorität. Inzwischen ist Delia fünf Jahre alt und weiß offenbar genau, was sie will. Im Interview sprach Jan über die üppigen Weihnachtswünsche seiner Kleinen. Im RTL-Interview erzählte der Schauspieler, dass seine Fünfjährige nun offenbar bereit für ihre ersten technischen Endgeräte sei. Sie wollte ein Telefon haben und einen eigenen Fernseher im Zimmer, plauderte er aus. Diese Rechnung hat die kleine Delia. Im